und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge von den last of us wir haben ja hier aufgehört als wir hier in das hotel hier reingehen wollten und da sind jetzt vorher glaube ich zwei typen reingegangen mal schauen ob die noch da sind für mich sind wir ein paar tage vergangen seit der letzten aufnahme zwischendrin ein bisschen was anderes zog mal schauen wird schon schief gehen alles klar kommt runter erst mal wie immer und wieder ein save wobei natürlich die kombi nicht haben ja zurück bitte das bestimmt munition oder sowas drin ok wo könnte oder ist das vielleicht eine kombi uhrzeiten 85 85 11 163 was ist das sein moment mal muss man das schnell auf dem handy mal aufschreiben wenn die notizen hallo macht die notizen app auf also noch mal 85 11 1 und 6 3 da ist halt eine zahl zu viel wenn ich das jetzt richtig gesehen habe 1 2 3 4 1 2 3 4 das sind 6 zahlen ich kann es mal probieren 8 5 11 16 ja gut ist jetzt nicht so tragisch ich bin da eh nicht so gut mit den Rätseln geh mal weiter ah da findet man schon einen weg erstmal hier unten mal alles absuchen und hast du was interessantes gefunden ah da geht es ja auch weiter und da ist schon mal eine Leiter und mehr Goodies nice ja ohne Kaffee würde ich würde ich eingehen das geht gar nicht was ist das ok Strohhalm oder sowas also wir hätten da mal eine Leiter ich würde sagen die tun wir gerade da vorne platzieren da macht es zumindestens Sinn so auf da und jetzt doch oder hätte man auch da hinten gehen sollen na ist ja egal sind die anderen überhaupt hier hochkommen vorsichtig ja da fehlt ein bisschen was ähm keine Goodies weiter nach oben geht es auch nicht naja dann hier ist es doch fort aus oder links oh Mist runter runter oh fuck nur zwei ich muss noch den Flur prüfen ist doch Quatsch wir wollen seit Wochen kein Klicker wir sind halt gründlich und wir bleiben auch gründlich sind drei also packen wir es an ja ok wie auch immer ok glaube ich schnapp mal gerade ihn hier nice sagt sie halt jedes Mal ne da hinten noch zwei gut man kann hier parallel mal ein bisschen umsehen nichts Spannendes hier oh ne drei Personen oh ne da ist noch einer kommst du zu mir eins zwei drei vier nice geil noch einer der das gesehen hat ich glaube der da hinten kommt her die gehen alle ein bisschen schneller scan 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 ne goodies na will ich nicht tauschen ich will aber sowas mitnehmen und das immer voll ah shit naja nicht die schönste Aussicht einmal in das Zimmer oh ne Kaffeemaschine ich würde das halt mitnehmen und dann den Generator anschließen uh ich kann da oh ich glaube das mache ich ähm ich glaube da hinten ist was ouch ja die liegt hier schon ein bisschen länger ja mindestens zwei hier oben ach so ich soll mit dir reden sie haben es sich leicht gemacht kann man nicht sagen für viele war das besser als auf einen Klicker oder einen Jäger zu warten glaub mir leicht ist anders ah haben wir jetzt hier das Ende ja Ende okay ähm weiter vor weil ich immer froh bin ich wüsste wo ich eigentlich hin muss wo würde ich irgendwo so in die Richtung weiter nach hinten da hinten oh scheiße ja ich höre es auch du ich sucht alles okay willst du gerade zu mir laufen ist die ganze Zeit da hinten gestanden haben wir nur gewartet dass ich in die Nähe komme oh mein Gott nice Position so wenn jetzt einer rauskommt und ihn zieht dann wird er gerade wieder auch in die Richtung laufen die sind da drin zu zweit ich will keinen Lärm machen yes komm zu mir wieso gehst du jetzt noch da hinten komm her man ja genau komm her komm her komm her komm doch die Tür wenn es geht ah man Geduldsspiel dann warte ich halt hier komm her echt jetzt ah okay das ist ein Tourenende glaube ich da hinten jetzt müsste er sich dann wieder umdrehen und dann wird er zu mir laufen sieht natürlich überhaupt nicht dass ich da mit der Waffe und der Tür stehe so jetzt komm her komm näher yes boys Munition okay ähm haben wir hier Goodies äh voll nö nix für uns da auch nicht das andere glaube ich stört uns jetzt eh auch nicht nachdem er so weit hinten ist oder ist er draußen er ist in dem Raum da vorne da hinten ist er ich glaube der wird jetzt gleich wieder in den Raum reinlaufen ne ja genau wo gehst du hin nice so waren das jetzt alle ne da hinten ist noch einer zieh ich dich ne äh dead end soll ich mir den jetzt noch schnappen naja lass uns mal nach oben gehen gibt es hier oben Überraschungen ne sind da unten oh ja bitte gibts her ah Stichwort Materialien können wir denn was anständiges bauen da haben wir drei eins zwei Bauchbombe Nachkampfverbesserung ja machen wir mal da können wir nichts machen ja ich glaube das passt erstmal 15 davon alles klar zurück ey ich glaube ja noch mal eine Flasche ich weiß nicht ob das so eine gute Idee ist in einem kaputten Aufzug einzusteigen mal sehen wo wir landen hoffentlich nicht unten ähm ist mal laut wird ganz schön eng aber na komm okay ich sage voraus dass wenn wir jetzt da drauf springen dass das Ding da unten sagt ah oder auch nicht okay Ellie kommst du es war sooo klar ich hab gesagt das ist ne dumme Idee hier geht's gut alles okay nein du hast mich zu tot erschreckt dabei sind Aufzüge eigentlich was total sicheres es ist total bleib da oben komm auch zu dir jetzt doch bestimmt Gesellschaft oder ich versuch's ich kann nicht ich kann nicht Q drücken ja das ist ne exzellente Frage ich mach's aber eher nervös dass ich ne Q drücken kann das sieht gut aus ja Hauptsache raus wow 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 Alter schreckt's mich doch nicht so danke fürs Erschrecken dach hat's hier unten was ah alte C gedrückt Jeeey Wasserleichen Ja, ich tauch hier schon auf Was ist das für ein Lärm? Ja, irgendwie ist es gut, ne? Wieder retour Alter Du, das steht wieder auf Wallung, ey Wieso tue ich mir das eigentlich an? Ja, ich glaube Horror spiele Ach, das sind Oh mein Gott, das sind ja richtig viel Goodies Aber der war schon mal auch nicht Irgendwie das Tor umgehen Ähm, da runter tauchen Das könnte es tatsächlich sein Und hier raus, ja In den Dingen haben wir doch auch immer Zeugs drin Naja, diesmal nicht Verdammt Sporen Das heißt doch bestimmt nichts Gutes Ach ne Oh Mist Klicker Tut sie mir was? Wo seid ihr? Ah, na klar Mal wieder Aufladen hier Ja, nehm ich mit Nix auf dem Radar Mann, es ist so gemein Oh ja, es geht hier raus Auch da seh ich nix So, leider bin ich gerade ein bisschen Angespannt bin Bitte Ich möchte wieder raus Warum müssen wir in die Gebäude immer reingehen? Warum müssen wir in die Städte überhaupt reinfahren? Ich will nicht einfach auf dem Land sein Ah, scheiße Aber ich möchte ne Waffe haben Ähm, Exit Treppenhaus, bitte Na toll Schlüsselkarte benötigt Wo soll ich jetzt ne scheiß Schlüsselkarte her Vor allem Es hat doch Oh, kein Strom mehr Warum machst du so nen Lärm? Muss ich jetzt da runter? Ey, da ist ja Warum bist du mir nicht angezeigt worden? Hä, was ist denn das? Soll ich jetzt auf Rambo machen oder nicht? Alter, ich weiß doch nicht Komm, zeig dich mal Ich glaub, ich mach auf Rambo Komm her Komm, komm, komm Was muss ich denn machen Was muss ich denn machen, dass er jetzt wieder rauskommt? Ich will da nicht runter Wisst's was? Wisst's was? Wir machen das jetzt anders Ähm Nice Oh, das hat er jetzt doch nicht gekillt, oder? Okay 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 Wir gehen mal in die anderen Räume Aber schön leise Oh Wow Ich mach doch schon Na super Alter Wir haben die Flaschen Um gegen abzulängen Die noch nicht wahrgenommen haben Ja, okay Ich hasse die Dinger Okay Also wir haben mehrere von denen Das war's für ihr Ich glaub, wir gehen mal auf eine andere Waffe Ähm Wie wär's mit der Schrotflinte Er ist aber noch da unten Dich, glaub ich, erwisch ich nochmal Ah, bitteschön Oh, nachladen Ist, glaub ich, wär ne ganz gute Sache Danke Noch mehr Kommt her Noch mehr Ja, komm her Lauft's alle zu mir So her würde ich das gern Dann haben wir euch die Schlüsselkarte Ah, da ist Mr. Burn Wo ist die beschissene Schlüsselkarte? Ah ja, ich mach ja schon Oh, geil Was x Hinweis Oh, Spiel Danke Oh, da Bringst du mich jetzt nach da oben Wo ich die Schlüsselkarte Äh? Warum ist der Hinweis da oben? Da hab ich auch so gesehen Irgendwie die Schlüsselkarte Mobst Hä? Okay Es gibt mal ganz kurz eine Unterbrechung Ich bin gleich wieder Ich sta Bis gleich So, da Und da bin ich wieder Ich hab mal ganz kurz nachgeschaut Wo diese blöde Keycard ist Weil ich sonst für die Ewigkeit Und dann noch suche Und dabei Hab ich Herausgefunden Dass es hier dann gleich nochmal stressig wird Okay Also von der Dauer Sollen wir hier runter gehen Und dann sollen wir hier ganz zum Ende gehen Alter Kommt da jetzt wieder was? Und hier soll dann irgendwo Also da müssen wir dann runter Wegen am Generator Weil ich mir hier Saft hab, ne? Das war das, wo ich mich am Anfang beschwert hab Wie soll das funktionieren, wenn wir nicht mehr Strom haben? Yes Okay, da ist nix drin Na Komm mit Oh ja Ist da jemand? Ich dachte Ich hätte sie alle gekillt So Das hätte ich gerne jetzt hier Komm, gib her Okay Okay Wie geht gerade aus? Alter Diese Geräusche Diese scheiß Starcard Ey, ich will hier raus Okay Okay Da ist die Keycard Security Door Card Nice Hallo Gibt's hier vielleicht Warte mal Wird das ein Explosiv-Dinger Na, scheiße Das ist auch verbessert Das ist auch verbessert Dauchbombe Scheiße, ich will hierhin Ich will diesen Scheiß-Generator nicht anmachen Ähm, ähm, Schrotflinte Ähm, Schrotflinte Ich hab's hierhin Ich hab so keinen Bock 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 Komm, mach, 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 mach. Komm, 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 komm. F, F, F. Komm, komm. Oh, nein. Alter, nein. Nein. Okay, ich muss die irgendwie fertig machen. Sarker verfügen über war bestialische Intelligenz und greife dich aus dem Verbogenen an. Ja, was du nicht sahst. Fuck, 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 fuck. Laufen, 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 laufen. Laufen, 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 L Ab, go, go, go. Nice. Weg, 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 weg. Uh. Ich hab nicht gegen den Bloater kämpfen müssen. Ich muss zu Ellie. Uh. Ich hab davor jetzt so Schiss gehabt. Okay, danke. Ähm. Ich glaub, ich brauch mal Gesundheit. Oh. Gott sei Dank. Ich weiß, ich bin das ein kleiner Schisser. Aber, oh nee, das wollte ich jetzt voll nicht. Guck mal hier, Goodies. Komm. Oh ja, wenigstens was fürs Upgraden. Äh. Kein Exit hier. Werkbank. Dann mal los. Okay. Kapazität, Feuerrad. Ähm. Nachleidezeit. Zielfernrohr. Rückstoßkapazität. Feuerrad. Zieltempo. Ich glaub, ich will die Schrottwinte weiter verbessern. Nachleidetempo. Rückstoß. Magazinkapazität. Ja, bitte. Nicht schlecht. So, was haben wir hier? Schussvoll gemütlich, die Waffe schneller abzufeuern. Oh ja, bitte. Schneller ist immer besser. So, können wir bei den anderen noch irgendwie was machen? Oder Pistole. Nachleidetempo. Kapazität bei dir. Das haben wir schon mal geupgradet. Ja, jetzt haben wir ein Zielfernrohr. Warum eigentlich auch nicht? Ich glaub, das wird Sinn machen bei dir. Oh, Panzerbrechend. Ja, aber teuer. Zielfernrohr. Bitte, danke. Das mal jetzt einfach mal so gebastelt haben, ne? Cool. Ja, dann war's das erst mal. So geht es doch. Cool. Drück ich beim Zielen E, um den Zielfernrohr zu benutzen. Okay. Fair enough. Ach shit, da wäre jetzt alles gut gewesen. Und nix drin. Ja, okay. Ja. Erwischt. Gut gemacht. Gewissen. Heute nicht. Du? Heute nicht. Zwei. Okay. Schwärmt aus und seht nach, ob hier noch welche von denen sind. Ach, habt ihr die Ellie gefunden? Kommst du auch zu mir? Das war jetzt knapp. Dankeschön. Oh, scheiße, die Mutation ist voll. Wo ist der andere Kali? Ah, der ist da hinten. Na, hast du gesehen, dass er tot ist? Komm, das siehst du doch. Jo, der geht rein. Nicht umdrehen. Nice. Oh, verdammt. Oha. Fuck. Shit. Eigentlich wollte ich es, ja, ohne Lärm machen. Dann was hat jetzt mit Lärm. Ah, da geht es wieder rein. Nichts Spannendes da. Kann ich den Helm haben? Also, es ausschaut nicht. Okay. Das heißt, mal keine Zombies hier. Dann hat sie vermutlich alles geklärt. Wie komme ich da hoch? Oh ja, danke schön. Nee, tauschen nicht. Wie geht es jetzt hier weiter? Da war noch eine Flasche gewesen. Oh, da geht es bitte nicht noch. Ah. I see. Man kann natürlich auch die Leiter nutzen, die da direkt vor dem Weg steht. So, hoch mit dir. Alter, ich drück's ja schon. Was bist du von mir? Ich drück's ja schon. Danke, Ellie. Du darfst die Waffe jetzt behalten. Den hab ich hier voll erwischt, hm? Ja, allerdings. Mir ist schlecht. Warum hörst du nie auf das, was ich sage? Sie hat dir gerade das Leben gerettet? War das gut, oder nicht? Das einzig Gute daran war, dass du mir nicht den Schädel weggepustet hast. Weißt du was? Nein. Wie wär's mit... Hä, Ellie, das war nicht einfach, aber entweder er oder ich. Danke, dass du meinen Arsch gerettet hast. Wie wär's denn mal mit sowas, Joel? Wir müssen jetzt weiter. Na, dann geh doch. Echt jetzt, Joel. Ah, das wär doch mal ein bisschen wärmer. Komm. Aber wenn wir jetzt eh wieder im Erdgeschoss sind, dann war die ganze Übung nach oben gehen ja eh total für den Arsch. Ähm... Wird er übergehen? Bleib da, okay? Klar, Joel. Ich bin mir irgendwo hin. Hehehe. Hehehe. Ja, das haben wir gesehen. Yes. Ah, fürs Upgraden. Ja, her damit. Ist da noch mehr? Nö. Also rein schon... Wie das hat's sich schon gelohnt. Und hinterm Dresden. Yes. Her damit. Ähm... Nö, den muss ich schauen. Der ist eigentlich noch gut. So. Und wieder zurück. Und ziehst du sonst noch was? Nö, ne? Oh, komm. Gehen wir weiter. Ähm... Ja, wir gehen wieder nach unten. Hehehe. Wir müssen wieder raus. Die Brücke finden. Du sagst, wo's lang geht. Ich hasse das. Was, Toiletten? Oder generell so in der Stadt in Gebäuden rumzulaufen, die verseucht sind? Okay, sie ist überhaupt nicht am Schleichen. Gut ist... Äh, Moment. Was war das? Hier war doch was. Ach, da. Neues. Sieht nicht nach Exit aus. Ja, komm. Gib. Explosiv. Ah, da sind wir voll. Notizen. Ah, Knoten. Proof the Rebuilder of Bladed Tools. Knots. Okay. Nachkampfwaffen verbessert. Man hat die Funktionen halten. Eintreff länger. Uh, nice. Ähm. Ich geh in die Waffe. Okay. Das sieht schick aus. Die Tür könnte rausführen. Hey, weißt du, wie wir da raufkommen? Nein. Ja. Wow, unglaublich. Ehm, Moment. Da ist ja ein Werkzeug und so. Nice. Hey, der war los. Eine Kulisse. Die Leute haben davor Fotos gemacht. Ja, ich weiß, was das ist. Ah, ich glaub, da war grad voll das Event, bevor hier alles losgegangen ist. Ja, du hast immer recht. Warum noch reden? Geh einfach weg, Joe. Ach, das wird schon noch. Vielleicht hab ich damit eine Chance. Was kann ich denn hier machen? Ach so, dahin schieben. Hilf mir doch mal. Ganz sicher, dass du mir das zutraust? Ellie. Schieb fester. Oh, das ist auch mein Klavier. Oh, dann komm mal nach oben. Schreibst du das allein? Geht gar nicht mit. Oh. Ah doch, jetzt kommt sie. Weil Loot-Sinn sagt, ich soll mal hier lang gehen. Yes. Danke, liebe Entwickler. Komm, Ellie, aus dem Weg. Oh, das ist aber auch noch ein netter Vorrahmen hier. Schaut mal. Und eine schöne Bar. Also die könnte man eigentlich noch herrichten. So schlimm wird es jetzt hier nicht aussehen. Ah ja. Dann mal neue Streicheln und so. Eh, was war da? Oh. Was? Hab ich jetzt einfach mal so eine Rauchbombe gefunden? Ja, ist klar. Draußen. Endlich. Ich würde mal sagen, hier rauf, ne? Mist. Komm her. Geh in Deckung. Also gut. Die springen da runter und machen den Weg für uns frei. Was ist mit mir? Ach, du bleibst hier. Das ist so dämlich. Wir hätten eine bessere Chance, wenn ich dir helfen würde. Tust du. Du scheinst ganz gut schießen zu können. Kommst du damit klar? Tja. Ich hab mit sowas schon geschossen. Aber nur auf Ratten. Ratten. Luftgewehr. Na, ist es das gleiche Prinzip. Nimm es hoch. Also gut. Du lehnst dich richtig gegen den Schaft. Denn der Rückschlag ist viel heftiger als beim Luftgewehr. Okay. Zieh den Bolzen zurück. Da anfassen. Nur ziehen. Na bitte. Wenn du geschossen hast, brauchst du immer schnell ne neue Kugel. Hör mir zu. Wenn ich da unten Ärger hab, muss bei dir jeder Schuss sitzen. Ja? Verstanden. Okay. Und was die Sache von vorhin angeht. Es war wirklich er oder ich. Geht doch. Gern geschehen. Die Typen. Wenn man was klaut, sollte man sicher gehen, dass man entkommt, oder? Ich hätte... Sie sind tot! Sie sind alle tot! Wovon redet der überhaupt? Beruhige dich. Wer ist tot? Die ganze Crew. Alle 76. Ein scheiß Eindringling hat sie getötet. Alle! Mist. Weiß es der Boss? Ja. Er will, dass wir alles sichern. Geh zum Tor. Okay. Geil. Der ist halt gefetzt. Schnapp sie! Nice. Wo sind die anderen? Ah, da hinten. Ach, warte mal. Da macht der Desk, welcher hier viel mehr sind. Oh. Komm her. Fuck. Fuck. Okay, ist down. Da hinten ist der nächste. Alter, komm. Nachladen. Sehr gut, Kleine. Fuck, da sind doch ein paar mehr hier. Na, kommt her. Boah, weh. Ihr habt keinen guten Blut, ne? Okay. Okay, den hätte ich auch erwischt. Da hinten noch einer. Alter, wie fies sind denn das? Fuck. Molotow. Okay. Fuck. Ah. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Alter, nein. Ah, fuck. Wegen dem Scheiß nachladen. Steht sie da noch in der Gruppe? Okay. 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 Er kommt von da hinten. Na? Gott. Ah, da hinten sind da welche. Wo? Hey, ich seh sie nicht mehr. Ah, da hinten. Komm. Was ist denn? Komm, ich seh sie nicht mehr. Ah, scheiße. Ellie, möchtest du da mal da hinten schießen? Weiß er, woher ich bin? Nee, weiß er nicht. Komm mal, bring mal näher. Geil. Alle? Geil. Danke, Ellie. Wie war ich? Wie wär's mit etwas? In deiner Größe. Geil. Ist nur für den Notfall. Okay. Ja, wollte grad schon sagen, ne? Bitte ja nicht weggehen. Ich will da den Loot jetzt hier noch haben. So, die ist gesichert. Weißt du, wie man sie entsichert? Weiß ich. Okay. Du musst Respekt haben. Das ist kein... Joel, ich passe auf. Okay. So, looten. Nee, das würde ich nicht. Ich würde jetzt anständig gezeugen. Oh ja. Bitte. Ja, ab jetzt. Alles erinnert mit. Okay, ich glaub, hier hätten wir's. Es sind... Wo sind die ganzen Leichen hin? Ey, Moment. Leute. Jetzt liegt das doch einfach nur so rum, oder was? Jetzt, was ich alles verschossen hab. Das will ich ja irgendwie wieder reinkriegen. Da ist zu. Dann gehen wir mal da hinten lang. Oh. Oh. Achso, das wär tauschen. Nee. Nehmen wir her damit. Backrooms. Ups. Wollt ihr das Licht anmachen? Oh, Notizen. Äh, F lesen. Wir brauchen die Fireflies nicht. Sie mögen den Kampf begonnen haben, aber wir haben die ganze Arbeit gemacht. Auf den Straßen ist unser Blut. Ich will den Kampf nicht wie sie auf andere Städte ausweiten. Sie müssen sich die Unabhängigkeit für ihre eigene Stadt verdienen. Und ich befolge bestimmt keine Befehle von irgendeinem Firefly-Anführer, der auf der anderen Seite dieses Landes sitzt. Wir sollten uns ihre entledigen, bevor der Kampf zu Ende ist. Das ist unser Land, unser Volk. Ich sehe deinen Grund, warum wir uns nicht auf uns selber regieren sollten. Hm. Da haben sie wohl den Support verloren. Moment, lag da was? Ne. Oh, ja. Wer damit. Aber Munition würde ich irgendwie geiler finden. Da wird es auch noch nach oben gehen. Ja, ich glaube mit Sneaky hätten wir hier sehr viel machen können. Wenn man denn wollte. Okay. Oh, da geht es auch auf das Gebäude rüber. Nice. Will ich auch da rein? Yes. Explosiv. Nice. Her damit. Ich glaube, das war es. Mehr ist nicht. Das Einzige, was wir noch schauen könnten, ist... Da hinten, da habe ich ja noch ein paar abgeschossen gehabt, dass sie da so vorbeigelaufen sind. Guck mal hier. Ne. Ist voll. Ist voll. Und da ist auch nichts. Nö. Ja, dann hätten wir jetzt hier mal alles durchgelootet. Sagt er und lauft beim Munition vorbei. Moment, da war auch noch was. Müssen wir mit der quatschen, oder? Achso. Boah, krass. Harte Strafe. Scheiße. Die unterscheiden sich nicht großartig vom Militär in Boston. Eher nicht. Na gut, liebe Leute. Wir sind heute schon wieder an der Zeit. Es ist jetzt schon wieder eine Stunde. Oh mein Gott. Ich würde sagen, wir machen weiter in der nächsten Episode. Und dann hoffe ich, können wir aus der Stadt jetzt bald mal verschwinden. Ich wäre ganz froh. Und vor allem, dass wir... Wollte schon warten. Ich wollte eigentlich das Licht ausmachen. Nicht mehr in so ein Gebäude rein. Da war ich ganz froh. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Böde ein Abo. Und bleibt gesund. Bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.